Hallo zusammen und willkommen zurück zu The Division mit dem General und mir. Er macht die Tür zu Alder Rauri. Ja, die Möge soll ja kein Liebzeit bestimmen. Hier geht es darum, den Rikers den Kopf abzuhacken. Es gibt niemanden, der LeRae Barrett ersetzen kann. Sie hat die Flucht nach Manhattan organisiert. Sie halten drei meiner Leute fest. Ich werde ihn dankbar, wenn sie sich nicht will, bevor sie da alles hochgehen lassen. Boah. Das ist noch einer. Und sie liegt zuerst raus, aber gefährden Sie nicht die Mission. Geisel sicher. So. Arpinski, boi, dey. Junge, die haben eine Party ohne uns gefeiert, Alter. Guck mal. Komm, warte mal. Hier unten wird die Tür angezeigt. Ne, warte mal. Noch einer runter. Ja, hier. Boah. Krass. Boah. Hier ist noch was. Ja, ja. Boah. Ah, noch einer. Ne, hä? Ah, hier oben. Oh, lol. Ah. Katzen. Oh. Boah, Ninja. Irgendwelche letzten Worte. Mach es doch auf. Scheiße. Junge, ey. Da war ja mega fail. Ah. Ich kann ihn nicht retten, Alter. Fuck. Ich kann ihn nicht retten, Alter. Ja, ich kann ihn nicht retten, Alter. Aber, join in your friends. Ah, oh, oh. Hä? Ich schlisfeil, Alter. Keine Muni mehr, Alter. Ich glaub's nicht. Da zückt man die Schofen und die schießt nicht, wenn man mal hier fallert. Ach. Sie sind ein Lebensretter. Ich war sicher, dass sie zu enden wurde wie die anderen. Ja, ich auch. Ich war mir auch sicher, dass du so enden würdest. Die ist nachgeladen. So. Oh, wie viele Taten haben wir geschätzt? Keine Ahnung, ein paar, würd ich sagen. Also zwei. Party hard, Alter. Nur ein kleines, wirft die Axt, euer Schweinspiel. Wie wär's mit zehn Punkten, wenn du den Arm triffst? Ich über die Brücke. Oh, bitte. Ich halte die Scheiße. Erlaubst du, dass ich heute komme? Boah, Alter. Ich weiß nicht, wofür sie sich aus. Tu nicht so schau, sein sollte sich der Krülle schlachten. So eine Schwade ist das, Alter. So eine Schwade ist das, Alter. Also, ich war alle Nachden. Radikale Schwarze. Beeil dich. Bitch. Aufräumen, Alter. Ja, aufräumen ist nie so meine... Da links sind sie. Boah. Boah, jetzt stür mich hier vor, Alter. Boah, jetzt stür mich hier vor, Alter. Boah, die Sniper-Olle hat gar keine Chance. Oh, oh, Wachwechsel. Sauber, los. Machst du tot. Oh, please. Sergeant Ramos, retten. Dann retten wir mal Ramos, Alter. Alter. So. Vielen Dank. Ich wollte da bitte zahrenden Mörder bestehen. Wir haben hier schon mal liegen. Hehehehe. Hehehe. 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 Liegen lassen. Hehehe. 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 Oh, scheiße, ey. Und das für ein Essen ist ein Bild, Alter. Du hast nie in die Luft geflogen, Alter. Hehehe. Aber ich kann kämpfen. Negativ. Wir machen das. Negativ, ja, Luca. Das ist eine Fehlzeit. Ja, das ist eine Fehlzeit. Ja, Sir. Hehehe. Das ist eine Fehlzeit. Hehehe. Warum? Feinde nähern sich hier in Position. Das... Da ist ein Big Boss, ne? Nein. Kann mir denn nicht an die Piste kommen? Nein. Oh je, ich muss hier erstmal... Aha, hör auf zu testen. Er kommt zu dir. Was? Ah, uh, ah. Mist, ich hab seinen Scheiß nicht getroffen. Also nur ein paar Mal, aber. Jetzt, Sir. Junge, er brennt, Alter. Hahaha. Boah. Boah. Alter. Ich hab das mit Ramos gehört, Captain. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank dafür. Meine Leute gehen für den Sturm in Stellung. Agents, wir müssten uns noch den Wartungszugang öffnen. Die Gebäudepläne weisen eine Sicherheitszentrale unten im Keller aus. Komm mit. Drei. Zwei. Eins. Eins. Hacker. Du Hacker. Hacker, Black Screen. Ja, ist so, Alter. Hack Screen, Alter. Halt, Munition. Ja, was passiert? Du rennst falsch. Du rennst falsch. Warne, ich will nur eins. Och nein. Weitere Feinde unterwegs Da musst du das mit dem Feuerschaden skillen, dass die sich anstecken können mit einer gewissen Chance Ach du Scheiße, Junge, boah, Mist, nachladen, rasieren, rasieren, JTF on Trash, Junge, hier, Justin, wenn ich Sicherheitsmann wär So weit, so gut, meine Angriffstrupps sind unterwegs, sie werden die Halle auf ihr Signal stürmen Hm, ich geh noch einen weiter hoch Zwei Dicke und Sniperruhen, Alter Sniper rechts, links oben Beide Seiten An der Brust ist Sniper gefahren Ne, die hat einen Granatenwerfer Auch schlimm Ich kümmere mich gerade um die Sniper Okay, die Sniper sind tot Auch bleiben Ah Ah Ah, JTF macht dich fertig Jihad, Alter Ah, du musst hinter ihm kommen Du musst hinter ihm kommen Wo kommt der andere? Alles klar, er ist angefragt Ich treffe sein Rückending nicht Oh oh Okay, warte Ich treffe ihn nicht Meine Waffe ist zu sehr Jetzt habe ich es Geht ab Wo ist die Schwadde, Alter? Ja, die hat dich verpiss Ja, hier hinten, bei mir Eine schwarze Leiche mehr auf den Haufen Haut sie raus Scheiße, oh Mann Och nö, ey Das ist unlustig Ach du Scheiße, die Hure, Alter Ah, ah Steck meine Eier Junge, die hat ein Sturmgewehr auch? Oh fuck Feinde nähern sich hier Position Oh, kann ich Oh Scheiße Oh ja, ich werde sterben Und sowas von, oder? Oder nicht Die brennt Ich sehs Schild raus Voll in die Schnauze geballert, Alter Geil, nur noch so Bitch-Loot, Alter Ah Ah Ich bin beeindruckt, Adrian Ah, guck, du bist Level 22 Wir haben getan, was getan werden muss Ah, du kannst reinziehen Ja, wir haben wieder zurückgebrochen Nein Ohne Anführer Wird der Rest zerfallen Ich glaube, wir sind noch nicht mit denen fertig Aber wenigstens können wir diese JTF-Leute wieder darauf ansetzen Oh ja, meine Leute müssen leben und da draußen für die gute Sache kämpfen Wir können uns keine weiteren Verluste leisten Können wir das nicht? Ich schulde was, Agent Spitzenjob Aber die Waffe, die ich jetzt benutzt hab, die ist schon wieder scheiße Was? Was? Alle Waffen, die ich benutze, sind scheiße, ey Ach, hehehe Hehehe Ah Oh Ich zerschreddere grad'n Bizzle Bizzle dizzle Bizzle dizzle Bizzle dizzle 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 Ups Faggotknie-Dinger hier Lalalalalalalalalala Okay Okay Hier irgendwas verbessern Oh, naja Junge Junge, ich hatte noch einen Level 10 Kompensator auf meiner lila Waffe drauf Ein graues Item, Alter Bizzle dizzle 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 dizz Ja, ist er okay. Ja, auch. Mal wo ist denn die nächste Mission? Regt ihn eben. Weißt du jetzt die Hautmission, ne? Ja, die Hautmission, ne? Wir empfangen ein Transponder-Signal von einem Agenten der ersten Welle, und zwar aus dem Hauptgebäude der New Yorker Polizeiakademie. Wenn wir ein Shake-Take-Signal hören, gehen wir dem nach. Und wenn der zugehörige Agent noch lebt, ist das ein Netterbonus. Natürlich ist letzteres unwahrscheinlich. Aber wenn sie herausfinden, wie diese Technik dorthin kam, und was mit dem Agenten passierte, werden wir hoffentlich verstehen, was schiefgegangen ist. Verstehen wir das dann, hoffentlich? Gra-Mercy-Zone, yeah. Gibt immer was. Yeah. Meine Waffen sind überholt. Die niedrige Stufe. Yeah. Meine Nase juckt. Meine Nase juckt. Yeah. Huaaah. Darf man so nichts dafür entholt. Yeah. Boah, raudig, da habe ich die Tür zugemacht. Ja. Und auf. Weg. Und dann hauen sie immer noch raus, meistens. Aha. Ich tu doch gar nichts. Oder warum rempeln sie mich an? Wir empfangen ein Signal aus der Akademie. Shade-Tag von einem Agenten der ersten Welle. Der Transponder sendet noch. Hä? Da drin oder? Versperrte Tür irgendwo, ne? Hm, hier drinne. Warum kommt man immer nur durch die Scheiße? Keine Ahnung. Hier untersuchen. Oh. Scheiße. Ah! Das LMB ist vor Ort? Das klingt verdächtig. Sehen sie zu, dass sie die Agenten finden haben. Seien sie vorsichtig. Das kann eigentlich nur eine Frage sein. Ja, ja, ja. Boah, scheiße. Sauber. Drei. Drei. Eins. Wichser. Achso. Ah, du Sau, Alter. Du. Eklige. Ich hab runtergezählt. Eklige. Hä? 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 Was läuft der denn hier rein? Geil, ne? Hier. Hier. Oh oh. Oh, Narkap hier. Er stört den Narkap. Hier irgendwo, ah hier. Wo war jetzt die verschlossene Tür? Keine Ahnung. Sauber. Moni. Ja. Boah sauber, hier ist ein scheiß Haus. Das war bestimmt hier irgendwo hinter. Oder auch nicht. Warte. Warte. Los Justin. Mal verpackte Scheiße schon wieder. Da ist die Tür. Ja. Ja. Lass wir die nicht weggehen. Yes. Yeah. Ja. Die ist auch hier unten. Ah, mein Bein juckt. Oh mein Gott. Ich will auch so'n Cape. Jaaaaah. Ah. Geil, grüne Sachen. Lol. Toll. Ah ne, warte mal hier. Boah. M&G, Alter. Boah. 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 Er kriegt Milchstel von mir. Ah. Ah, Goldner. Ah, Schild. Das ist ja immer super, wenn man Schild noch hat. Verpieß dich! Der versucht mich zu boxen, die Sau! Das ist scheiße! Boah, Nahkampf! Boah, Nahkampf-Action! Der hat nichts gemacht, ja! Jetzt Parkour-Moves, oder auch nicht? Achtung, Agent! Sie haben ein Echo in Ihrer Nähe! Echo? Boah, hier kann man Touren, Alter! Cool! Boah! So, du hast eine Chance für mich zu arbeiten und hast beschlossen, mir in den Rücken zu fallen. Oh mein Himmelsfling, das müssen Sie nicht tun! Sie brauchen Hilfe, Sie sind verrückt! Du widersprichst dem Mann mit der Waffe, ich würde sagen. Junge, wie kommt man denn da rüber? Ich glaube, wir müssen nochmal zurücklaufen, hier hoch. So, du hattest eine Chance für mich zu arbeiten und hast beschlossen, mir in den Rücken zu fallen. Wir gehen das gleich. Oh mein Himmelsfling, das müssen Sie nicht tun! Du widersprichst dem Mann mit der Waffe! Nein! Das gibt's nicht! Okay, Konzentration! Die Shade-Tag, die das Echo erzeugt, wurde gehackt! Die Identität des Agenten ist unleserlich! Wenn es bei Ihnen einen Sicherheitsraum gibt, kommen wir vielleicht an Sie heran! Wenn Sie die Überwachungsvideos nicht gelöscht haben und ich Sie hochladen kann! Lade archivierte Sicherheitsdaten herunter! Ich komme auf der gleichen Etage! Jaaa! Wahrnehmung! Ähhhhh! Nein, geh zurück! Geh weg! Du kannst ja nicht rausballern! Ich sehe, dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind, aber sie reagieren nicht auf meine Rufe! Das gefällt mir nicht! Auf mein Zeichen! Zurücktreten! Feuer frei! Los! 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 Achso, der ist tot! Der hängt da nur in der Tür fest! Bestätigung! Upload auf! Wer da in der Tür hängt! Alles klar! Ich habe das Begeisterungen! ... in der Tür stöhnt! Nein! Beidee ne? Du bist in der Tür fest! Ikke weg! Abrahand! Stärk! Wideres! Tango down! Tango down! Tango down! Tango down! Daudi! Ist das unser? Nein, das ist dich! Unsere fliegen doch immer direkt in die Luft! Ach du Scheiße! Komm! Oh ja, der hat gesessen, Alter! Komm! Wieso Golde kommen hier? Ah, hol sie weg! Ah! Lila ist auch down! Junge, der hat... Der hat auch so ein Fade geschützt, Alter! Von oben ist so ne... Normale Fatschung! Junge, aus... Aus was ist denn dieses Material, Alter! Junge, Titania... Legierung... Crisis Rüstung... Ah! 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 Er hat auch diese Scheiß Drohnen, Alter! Er hat auch diese Scheiß Drohnen, Alter! Was? Ich glaube, sie haben einiges an Aufmerksamkeit erregt! Und ich würde... Oh, ich würde noch nichts sagen! Mann! Ich würde jetzt an der Stelle mal sagen... Doch! Bis zum nächsten Mal bei... The Division! Wir sind raus! Tschö!